Darf eine Frau mit Hijab boxen, damit sie sich selbst schützt? Ja, wo soll sie boxen? In einem Verein, wo Männer und Frauen gemischt sind und wo Musik läuft und wo sie Sparring macht und Leuten ins Gesicht haut? Nicht. Aber wenn sie jetzt sagt, ich habe einen Boxsack zu Hause und mein Mann bringt mir ein paar Strikes bei so, um sich damit selbst zu verteidigen, was auch schwierig ist, wenn ein 30 Kilo schwererer Mann sie angreift, dann ist es inshallah kein Problem.